Und wir sind ja schon unsere Leute da. Kommen sie ran. So schnell rein, nehmen wir gleich hinten den Eingang. Da muss ich noch einen Kolft drüber, wenn wir schon mal hier sind. Bis dahin ist ja Blei da. Okay, die kommt. Die werden wir gleich von der Map verschwinden. Ja. Vom Voodoo Meister. Ach ja, das Ziel. Müssen wir uns Nachbarn drüber. So, steig ein und kannst loskriegen. Los, komm! Das ist Raven. Bingo fuel. RGV. Was? Soll das hier sein? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Nee. Nee, das ist nicht. Hm. Da drüben die Boote. Da drüben die Boote. Ja. Da drüben die Boote. Ja. 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 Da drüben die Boote. Da drüben die Boote. Da drüben die Boote. Ja. Da drüben die Boote. Da drüben die Boote. Da drüben die Boote. Dann ist das die. Das war natürlich. Dann ist das die, wo du fahrt bist. Tolle. Komm ich sag. Hä? Schlüssel, aber. Hm. Okay. Ich habe sie. so jetzt müssen wir bloß noch ich glaube das war das hier willkommen wieder hoch bei euch wir müssen rüber zum golf club da war ich ja schon mit golf wir gehen aber hier wieder durch wir haben jetzt eine blöde Tür also Oh, sie leben noch, sie sind impotent. Bei uns, ja, ja, die sind voll drin, ja. Ihr macht das, ihr schafft das. Keine Angst. Jetzt haben sie das Flinster von hinter sich. Das stimmt. Keiner Minus. Geil. 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 Ich spiele da jetzt M4. Oh, mir juckt's auf den Buckel. Ist das eine Granate explodiert oder sowas? Von da wo wir kamen, ne? Bei denen im Hotel. Bei ihnen laufen sie, ich sehe sie, ja. Da laufen sie, da vorne. Genau südlich. Das ist B-Mann. Ja. Ja, das waren sie. Geil. 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 Bei mir ist ja gut. Hast du den hier drin erschossen? Ja. Achso. Da stand die Sauer hier drin. Ja. Gibt's doch nicht. Ein bloß Magazin, ja. Du musst erst mal was trinken und was essen. Ja gut, dass ich den gehört habe, weil durch die Scheiben siehst du den gar nicht gut. Hm, ein Haferriegel für mich. Geil. Sie haben noch zu tun. Oh ja, haha, heldenhaft. Geil. Muss doch meinem Namen gerecht werden. Ja. John Cokes. Alter, da kommt man nur hoch, wenn man voll aus Cokes ist. Ich weiß nicht, wie er sich sieht. Ja. Da ist ja echt das Tier, Mann. Kann man doch gar nicht sehen. Doch, mit dem Scope ist doch nichts. Alle haben so eine AK. Ach so, hier ist gar nicht das Tor. So, wo ist denn jetzt das scheiß Tor? Wir hatten doch mal hier einen Tor, Cokes. Ja, ich glaube das war doch weiter weg, ne? Jetzt können wir hier über die Mauer springen. Ja, irgendein Ton, ja. Sinnlose Mauer, sowas cooles. Ja. Geh jetzt nicht mehr weglassen können. Wir müssen jetzt hier unten irgendwie ein Hauchthaus finden. Okay. Ja. 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 Ah, ich glaube hier den Weg lang. das sind also baum davor mann Hul' Fickbaumhalber. Alter, wo ist der Hund? Er gibt Vollgas. Sein Magazin wird auch nicht leer. Nee, irgendwie nicht. Hier vorne kommt ein Glashaus. Hier oben sind die. Ich glaube, das ist auch unser Ziel. Noch mehr. Da sind viele drin. Alter, die peitschen die Füsse. Das sind die Armut. Das ist die Armut. Das ist die Armut. Das ist die Armut. Das ist ein Hotel, würde ich sagen. Na ja. Ja, Höhe Hotel. Was ist das? Ja, okay. Das ist derartige. Da ist derartige. Da ist derartige. Da ist derartige. muss ich bloß noch irgendwie die haupthalle finden 800 sacken gefunden hier in der scheißkasse das war nicht die kasse die ich suche oh hier ist die kasse die ich suche das dumme schwein was tot hat mich empfindlich getroffen die lunge hat auch wieder was abgekriegt was wir sehen die koordinaten ja genau hier das ist 166 169 166 ohja können wir wieder zurück jungs ja ok aber warte mal locate Villa Gossier und find out what happened ja das müssen wir gleich was machen genau ich muss Villa Gossier mal finden wo ist denn Villa Gossier Alter ist die hier auf der Merkd irgendwo schon zu sehen hier hinten das große Haus wo wir gerade drauf gucken hier habe ich vom Osten das wird alles noch sein hm wo ist es hier Bis zum nächsten Mal.